Du solltest uns beschützen! Sie darf mal einen Fehler machen, aber nicht du! Halt die Fresse, oder ich knall dich ab! Du hältst deinen Mann! Ok, runter mit der Pistole. Am Ende der dritten Staffel sieht es nicht gut aus. Der zweite Raubüberfall der Gruppe ist sichtbar chaotisch verlaufen. Kein Wunder, anders als beim Überfall auf die Notenbank wurde nicht jahrzehntelang geplant. Nairobi scheint tödlich verletzt und der Professor spricht von einem Angriff auf das System, weil er glaubt, dass die Polizei Raquel getötet hat. Und damit fing der Krieg an. Im kommenden Krieg gegen den Staat, den der Professor nun ausgerufen hat, ist natürlich die Frage, wie verhält sich die Bevölkerung? In der Vergangenheit stand diese in großen Teilen auf der Seite der Bankräuber, die sie als Robin Hoods und Rebellen feierte. Feuer! Doch nachdem die Gruppe nicht mehr gewaltfrei agiert und wir brennende Polizisten und die Reaktion der Demonstranten darauf gesehen haben, ist der Heldenstatus der Gruppe ernsthaft infrage gestellt. Doch die immer deutlicher aufkommende Gesellschaftskritik der Serie kann auch ein Hinweis darauf sein, dass der Professor nun ernst macht. Schon beim ersten Raubüberfall schwang ein gehöriges Stück Systemkritik mit. 2011 hat die Europäische Zentralbank aus dem Nichts 171 Milliarden Euro gedruckt aus dem Nichts. Weißt du, wo das ganze Geld hingegangen ist? Zu den Banken. Direkt aus der Banknotenruckerei. Zu den Allerreichsten. Ist ein zweiter Plan Tschernobyl in Verbindung mit dem geschmolzenen Gold vielleicht nur der Anfang, um letztlich das komplette Staatssystem zu stürzen? Sehen wir eventuell in der vierten und in der schon bestätigten fünften Staffel unsere Helden zu anarchischen Gesetzlosen aufsteigen? Und entpuppt sich der Staat als korruptes und brutales Regime? Ein Indiz dafür ist die in der dritten Staffel etablierte Antagonistin Alicia Sierra, die auch vor Folter nicht zurückschreckt. Die Bombe ist drin. Sowas wie Frauenhandel? Ich dachte an Zwangsprostitution. Sowas würden die Bürger nicht verzweigen. Genauso skrupellos ist auch der Geheimdienst, der bereits in der ersten Staffel Lügen und Falschmeldungen über die Banditen streute. André Stifone Yosa werden auch Sexualstraftaten vorgeworfen. Was für ein Lebenslauf. Und dann sind da ja noch die Salvador Dalí-Masken, die uns nicht nur V4-Vendetta-Vibes geben. Der exzentrische Künstler, dem die Masken nachempfunden sind, liebäugelte Zeit seines Lebens mit der Anarchie. Also ist die Wahl bestimmt kein Zufall. Doch die Gefahr droht nicht nur von außen. Ganz ruhig, ruhig bleiben! Sicherheitsspezialist und Bodyguard Gandia wird sich in der vierten Staffel befreien und kämpft nun gegen die Bankräuber, ganz im John-McClean-Style. Glauben Sie wirklich, dass Sie eine Chance gegen uns haben, Cowboy? Yippie-yayee, du Schweinebacke! Wird er dabei eventuell von anderen Geiseln unterstützt? Denn warum war die in Spanien bekannte Schauspielerin Belén Cuesta so prominent am Ende der dritten Staffel zu sehen, obwohl sie danach nicht weiter in die Handlung eingriff? Oder ist dies auch nur ein Cameo-Auftritt, so wie die Rolle des Fußballers Neymar? Ah, Senor Andrés, als würde es der Himmel so wollen. Das freut mich. Steh auf. Lass uns zusammen frühstücken, okay? Tatjana ist auch hier. Im Trailer ist Meisterdieben Tatjana nicht zu sehen, doch auch ihre Einführung in der dritten Staffel verspricht einen größeren Handlungsstrang. Berlin hat sie schließlich in alle Details des Plans eingeweiht. Ach übrigens, sie findet den Überfall auf die Bank super. Die Frage ist also, wann taucht sie auf und auf wessen Seite wird sie stehen? Die Theorie, dass sie und Alicia Sierra die gleiche Person sind, halten wir übrigens für Quatsch. Aber wer weiß das schon, bei Haus des Geldes gibt es schließlich innerhalb einer Episode mehr Plottwists als in M. Night Shyamalans Filmen zusammengenommen. Heißt das, du bist der Meinung, dass die Frau meines Lebens mich verraten? Das ist nicht nur eine Meinung, das ist eine Tatsache. Im Trailer wird auch klar, dass die vierte Staffel alles andere als einfach für Raquel wird. Alicia schlägt ihr einen Deal vor. Ihre Freiheit für die Kooperation mit der Polizei. Andernfalls drohen der ehemaligen Beamten bis zu 30 Jahre Haft. Es tut mir alles so leid. Siehen sympathisch aus, oder? Wir müssen uns trennen. Und alles, was wir über seine Folter wissen, hat er uns erzählt. Wo wurdest du festgehalten? In einer Zelle. Sie war winzig. Wie ein Sarg. Ich konnte mich nicht mal hinsetzen. Ich musste die ganze Zeit stehen. Wie viele Tage? Ich weiß nicht. Nach vier bis fünf Tagen wusste ich es nicht mehr. Dahingegen ist sein Umgang mit Sierra eher ambivalent. Na los. Wir müssen dich fürs Fernsehen etwas auffrischen. Jetzt komm. Aufstehen. Und dann bleibt natürlich noch die große Frage, wer die vierte Staffel überleben wird. Um Nairobi sieht es gar nicht gut aus. Auch Helsinki scheint in echte Schwierigkeiten zu geraten. Und wir können nur hoffen, dass die anderen in diesem Krieg unversehrt bleiben. Sie meinten, Sie schaffen das. Also stehen Sie zu Ihrem Wort. Was denkt ihr? Wie wird sich die vierte Staffel entwickeln? Was sind eure Theorien? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst uns gerne auch ein Like und ein Abo da. Gedulde dich. Mach schon! Das ist mehr als ein Überfall und das weißt du ganz genau. Das war's. Ich bin Anna.